willkommen zu crisis so da möchte ich da weiter wo ich letztes mal aufgehört habe mit der vierten mission angriff ja dann würde ich mal sagen attacke soldaten moment befreit die geiseln us-truppen haben unterstützt und stoßen sie anschließend zu mine vor um die geistung zu befreien ich muss noch es ist überall artillerie Oh, Schuss. Genau, und wo ist man, die ist auch da? Also los! Hat sich das an? Hat sich das an? Oh! Von Himmels Willen schickt mir endlich Hilfe, verflucht! Wo bleiben die verdammten Sanitäter? Halt durch, Kugel, wir bringen dich hier raus! So, was ging hier alles noch? Äh, durch? Osprey, Command, die Mission ist ein Debakel! Der Feind kennt unsere Position! Stehen unter Schild im Artilleriebeschuss aus dem Hafen! Lieutenant, Ihre Probleme sind mir scheißegal! Schalten Sie die Flugabwehr aus und halten Sie die verdammte Straße! Verstanden? Verdammter Mist! Verstanden! Ah, verdammt! Wieder einer weniger! Donald, wir stehen mit dem Rücken zur Wand! Die Koreaner haben im Hafen Flugabwehrgeschütze! Unsere Jets kommen nicht ran! Irgendwas stört unser Radar! Wir müssen die Flugabwehr ausschalten, damit unsere Maschinen landen können! Klingt nicht allzu schwierig! Wollen Sie den Job? Sie haben ihn! Ich halte die Stellung! Komme später nach! Okay? Du hast es einfach zu zeigen! Ich halte hier die Stellung! Und, äh, ja... Nur mit Bewegung! Wir haben Befehl, diese Straße zu halten! Golf Echo, Rasterkoordinaten 9134-5013! Oscar Roqueo, Rasterkoordinaten 0138-5021! Runter! Runter! Golf Echo, Rasterkoordinaten 913-3019! 1-9! Ja, okay, ich geh mal hier runter! Wo ist da zwei Flugabwehrschlungen, dass man zu steuert? Tarnfeld aktiviert! Oh, okay, danke! Ist ein Scheinwerfer? Hier mach ich mal kaputt! Energiekritisch! Tarnfeld aktiviert! So, mal schauen! Auf jeden Fall hab ich hier Verbündete! Hier war doch... Okay, die war voll leer, da sind wahrscheinlich alle weg! Okay, hier hab ich ein Jeep! Okay... Wie mach ich das am besten? Bleib ich auf der Straße, nehm ich das Auto, fahr dann einfach drum rum? Oh, es wird auch hell, das ist schon mal gut! Okay... 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 Ich schau, wie das hier so alles gab... ...und ein bisschen Waffen... ...und ein bisschen Waffen... ...warte mal! W Rabb! W Wind intrigiert das? Ach, schade! Okay, wir machen noch eine Absperrung, zwei. Okay, ja, wie plane ich das am besten? Fahre ich einmal von Norden aus hohen? Dann gehe ich von Süden aus. Dann nach Norden hocharbeiten. Ich fahre lieber von Norden und halte an. Fahre einmal die Großbrille. Das ist schon mal nicht schlecht. Energie kritisch. Weil ich habe somit ein Jeep. So, perfekt. Oh, Matthias, Psycho. Ich stoße jetzt zu Raufen vor. Ich melde mich, wenn ich eine gute Position gefunden habe. Schau, was da in den Truck steht. Oh, ich bin jetzt fertig. Oh, ich bin jetzt fertig. Schau, was da in den Truckstuhl ist. Maximaler Panzerhaut. Okay. Der war krank. Schmeiß der... Schmeiß der, wo die Tankstuhl ist, erstmal eine Handgranate. Aktiviert. Zwei? Zwei? Moment, neutralisieren Sie die Fluglechtung mehr. Solange wir keine Bombe schicken können, sind wir nur zwei händige Wunden. Halt mal mit der Ruhe. Tarnfeld aktiviert. Gib mir Deckung. Okay, die zwei suchen mich. Das ist schon mal gut. Was? Allmat, hier ist Zyko. Ich stoße jetzt zum Hafen vor. Ich melde mich, wenn ich eine gute Position gefunden habe. Ich habe mich getroffen. Das ist schon mal eine gute Position, die wir hier haben. Ja. Das ist schon mal. So, kommen wir mal. Was ist denn da, ich hab jetzt den Fahrt geplanten? Moment, neutralisieren Sie die Flugaffee! Solange wir keine Bombe schicken können, sind uns die Hände gebunden! Maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert So, mal schauen So Äh, sonst bin ich hier fertig. Äh, mal schauen Okay, 36 Schaden hat mein Jeep bekommen und der ist ganz viel lieber, okay Okay Oh, kann folgen, wie geht das hier? Das liegt doch sehr! ARD Text im Auftrag von Funk Ah, ich dachte schon, das wäre ein bisschen traurig, der macht ein bisschen kaputt, aber ich habe es nicht gesehen. Kann ich die nicht nutzen? Wäre eigentlich viel zu schade, das zu zerstören einfach so nutzen. Ich habe noch eine Rakete. Ich hoffe, dass es damit funktioniert. Anscheinend hat der Grand Theftrop so viel geschlagen. Okay. Alles klar, Moment, nur noch eins. Oh, nee, 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 nee. Das ist so spannend. Hat so spannend. Oh! Oh! Mal schauen, was ist dein... ... dieses kleine Häuschen? Oh, was ist dein... Nix, okay. Nix, okay. Ah, okay, hier ist noch ein Raketenwerfer. Ich sollte das erstmal mitnehmen. Ja gut, dann muss ich wohl... ... einmal rüberlaufen. Ich könnte auch rüber schwimmen, aber... ... ich weiß nicht. Ah, okay, da ist ein Boot. ... ... ... ... ... ... Okay, wenn ich die absteige... Okay, die ist kaputt, die Flugabwehr. Da ist irgendwas draufgefallen. Oh, na toll. ... ... ... So. Okay. Okay. Das ist ein Mg. Nett gemacht hier. Der Tonunterschied. Die Kamera da unten ist. Dann hört sich das alles gedämpft an. Schon nett gemacht. Letztes kleinste Teil. Ich hab was gehört. Oh ne, das ist nicht. War zu klettern? Ich will nicht. Das sind zu viert oben. Einer hat geschützt. Drei Laufgebäude. Tarnfeld aktiviert. Geht hoch, die schritte vor. Das ist ein Mg. Ich habe gar nix mitbekommen. Das ist ein Mg. Dann wird das Farnfeld aktiviert. Drei Laufgebäude. Ich habe das kein Mg. Das ist ein Mg. Wir haben das. Das geht nicht. Das geht nicht. Tarnfeld aktiviert. Geht kritisch. Jetzt kann man jede Menge Feinde. Ich hätte sie jetzt alle einzeln decken. Okay. Tarnfeld aktiviert. Okay, was muss denn? Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Okay. Komm schon. Nicht die Höhe. Nicht die Höhe. dahinter ist seine Aufmerksamkeit. Soll ich natürlich auch den Weg haben, der... Ja! Das ist so, wie ich mir gedacht habe. Maximale Panzerung. Okay, das... Okay, der ist weg. Tarnfeld aktiviert. So, jetzt ist der... Verstand. Okay, nochmal. Ich würde sagen, das Gebiet ist sauber. So. Ist frei. Ich leg jetzt auf dem Hinterwerfer. So. Nomad, im Hafen steht noch ein Artilleriegeschütz. Schalt es aus, damit wir Luftunterstützung anfordern können. Okay. Hafen. So. Da war noch ein Boot, ey. Wo? Fahre ich vom See aus rein? Oder... Über den... Über den Landweg. Das würde mich mal interessieren. Wie mache ich das am besten? Über den Seeweg wäre natürlich schnell. Aber ich glaube, ich nehme den Landweg lieber. Weil einerseits... Äh... Kann ich mich noch gut verstecken. Weil wenn ich den Seeweg nehme... Äh... Ja. Bin ich... Bin ich halt offener aufs Gelände. Wie das sogar noch schießt? Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld. dealing mit... Aber ich hab' den... ... wie der... ... Kussiginn... Vielleicht... ... ... Das ist auch sehr wahrscheinlich... ... ... ... ... ... ... Tarnfeld aktiviert. So, mal schauen. Ich finde dich. Tarnfeld aktiviert. Ah, krieg ich den überhaupt zum Takt? Ah, krieg ich den überhaupt nicht. Kommt raus und kämpf Amerikaner. Wo ist der? Energie kritisch. Na ja. Gut, damit ich hier bin. So, ich hab hier noch. So, ich hab hier noch keinen Weg weiter. Was ist das denn? Okay. Sieht hier verlassen aus. Waschmaschine. Echt hier verlassen aus. Interessant. Okay. Da bin ich grad noch fähig. Hä? Tarnfeld aktiviert. Warum warst du ein bisschen wieder am Flackern? Ist es wieder so ein Elton in der Nähe? Okay. Geht. Das ist gut. Abschrauben. Was machen? Oh, was ist das denn? Ich hab hier mal mit dem Schrauben probiert. Das ist gut. Das ist gut. Der müsste nicht bemerkt. Echt, der hat mich nicht bemerkt. Oh nein, ich kann das nicht machen. Oh, wie geht das? Oh, okay. Maximale Panzerung. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Schluss. Kürtisch. Schrauber. Stimmt, stopp. Jetzt aber. Tarnfeld aktiviert. Moment mal, einer ist hinter mir. So, wo ist der? Er muss doch rüberklettern. Tarnfeld aktiviert. So, lass mal hier die Stellung sauber machen. Okay, da muss ich hin. Ich hab da oben noch einen. Der ist weg. Die Gefahrenanzeige ist sofort genullt, wenn keine Feinde in der Nähe sind. Gut, dann kann ich auch hier die Kommandozentrale jetzt nach Informationen durchsuchen. Der ist weg. Der ist weg... Download gestartet. Psycho, ich hab die Position eines Munitionslagers im Hafen. Besorg dir ein bisschen C4 für die Artillerie. okay so auf jedenfalls der munitions lager sind noch da habe ich das lager noch komplett sprengen kann oder hat die flugabwehr aktiviert tut mir leid das tun war so verlocken ich finde es klasse schade dass man hier das mg nicht abreißen kann sonst hätte ich schon längst das mg mitgenommen jedes mal aber ich finde es klasse den mit dem hut zu erschlagen tut mir leid das ist crisis man kann echt so viel schabernack machen so ist hier noch was bevor ich weiter gehe ja gut dann fahre ich da mit dem jeep weiter fahrzer sperren rechts und links fahr Ich denke, muss ich ein bisschen fahren. Das ist die Hafennachlage. Oh, das ist auch schon einiges kaputt. Ne, das ist nur ein kaputt. Das ist ein Schrauber. Oh, das ist auch schon einiges kaputt. Ne, das ist nur ein kaputt. Ich muss sagen, das sind hier das Gebäude sicher. Oh, außen. Okay, jetzt gehe ich mal rein. Tarnfeld aktiviert. Kontakt verloren. Okay, die sind irgendwo... In oben. In oben. Okay, ich glaube, die habe ich gefunden. In oben. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnización aktiviert. Tarnfeld hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tarnfeld... In oben, das ist wieder ein bisschen z hertz. Oh, ich habe sogar ein Laservisier schon. Ey, warum nicht? Ah, verstehe. Gut, ich habe normale Munition und Brandgeschosse. So, hier habe ich... Ah, hier habe ich da Scharfschützen. Okay, das ist schon mal gut. Äh, Laseraufsatz nehme ich noch nicht. Ach, hier habe ich das Scharfschützen, wie ich sie auch schon. Okay. Mal schauen, was sagt die Pistolen? Gar nichts, okay. Und beschossen nehme ich gerne mit. Äh, Raketenwerfer-Munition. Sprengladung. Splittergranaten. Voll. Maschinenpistole, nein. Noch mehr Brandgeschosse. Voll, okay. Was sind wir da? Sturmgewehr, okay. Jetzt kann ich auch den... Die X-Artillerie hier zu stören. Ich bin jetzt eigentlich schon mal hoch. Na schauen, was ist hier oben noch? Was? Nein. Okay. Echt, komme ich hier nicht durch? Nee, nicht. Ach, ja, okay. Das ist auch eine Tür. So, den da unten will ich schon haben. Oh, nicht schlecht. Okay, äh... So. Okay, der hat mich nicht bemerkt. Mal schauen, was habe ich aufgescheucht? Gar nix, okay. Tarnfeld aktiviert. Okay, das ist die nächste Flugabwehr-Beschichte. Okay, da ist noch einer. Tarnfeld aktiviert. So. So. Das ist ein Papier. Hahaha. Energie kritisch. Oh, okay. Okay, das ist ja nicht gelaufen. Das habe ich nicht gerechnet. Achso, das zeigt mir. Okay. Ja, warum hast du nichts gemacht? Ach, klar. Was ist denn bei mir? Nee, das ist doch mal nett. Okay. Okay. Na gut. Das heißt, ich muss halt nur Kreuz zerlegen. Wie viel C4 habe ich noch? Drei hätte ich noch. Okay. Ähm, nee. Ich hole mir noch ein bisschen C4. Ich weiß nicht, wie viel C4 ich dafür brauche, um den Kreuzer, sag ich mal, zu versenken. Äh, klar, nee. Ich glaube, hier liegt kein C4 mehr. Na gut. Stimmt, ich habe hier noch das andere Lager. Energie kritisch. Was? Maximale Panzerung. Okay, das sind noch. Jetzt frage ich mich, was machst du da oben überhaupt? Hier sind Gegner gewesen. Kommt! Verstanden? Tarnfeld aktiviert. Kattisch. Was ist denn? Okay. Die Maschine sind billig. Nomad, unsere Bomber warten auf dich. Schalt diesen Sender ab. Okay. Maximale Panzerung. Ich wollte ja noch ein bisschen C4 noch holen. Tarnfeld aktiviert. Wow. Okay, das hat mich noch entdeckt. Ähm, ja, weil ich wahrscheinlich zu nahe Tarn war. In sein Senderfeld. Lager sein. Ah, perfekt. Ich werde gerade nicht gehen. Stoffe halten, brauche ich nicht. Habe ich doch mal die Mission mit. Sprengladung geht immer. Sprengladung voll. Sprengladung voll. Sprengladung. So, mal schauen. Okay, keine Gefahr. Noch nicht. Der Jeep war nicht schlecht, aber der Jeep war nicht schlecht. Einmal kommt er weg. Alter Verwalter. Der Jeep war nicht schlecht. Schlitt auf einmal ein Jeep vor meine Nase. Ah, herrlich. So, MG-Stellung ist sauber. Tarnfeld aktiviert. So, mal schauen. Okay, MG-Stellung ist noch nicht bemannt. Energie kritisch. Okay. So, dann muss ich mal schauen, wie ich da drauf komme auf dein Schiff. Nicht juridisch auch einfach drauf springen, oder? So, schau mal rein. Ja, schau mal rein. Panzerung. Nicht juridisch. Okay, ich warte erstmal. Jetzt warte ich noch ein bisschen länger. Maximal Panzerung. Oh, mein Mann ist. Mannes. 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 Warte. okay, ich versuche mit Granaten rauf. er gibt es eine schrotfläche der schon ziemlich hart uah okay kommt ihr runter moment mal so psycho du siehst die beiden locker flockig offen maximale tanzerung aber egal Ich krieg dich, du Feigling. Nee, nee, nee. Mache Feuerschutz! Tarnfeld aktiviert. Kontakt verloren. So, wo bist du? Ich sehe nicht. Ach da. Energie kritisch. Was? Was ist das denn da? Was? Die meint es echt ernst. Maximale Panzerung! Maximale Panzerung! Was ist denn jetzt da? Jetzt lege ich die Kette an. Ne, den lasse ich erstmal so. Ok, Raketenwerfer kann ich gut gebrauchen. Mhm. Ok, bist du der Störsender? Mal schauen. Ok. Nichts passiert. Äh, sabotieren sie den Störsender auf den Kreuzer. Achso, den muss ich deaktivieren. Ok. Nichts zerstören, nur deaktivieren. Ok. Ach, hier geht's doch weiter. Da ist die Sendersteuerung. Ok. Ok. Das war's. Flugabwehr neutralisiert. Markieren sie jetzt mit ihrem Laser den Kreuzer und genießen sie das Feuerwerk. Ok, Luftangriff verfügbar ist hier mit Fernklass, äh, zu erfassen. Energie kritisch. Na, muss ich erstmal hier... erstmal mich hier entfernen. Ich geh dahin, wo Psycho ist. Der ist weg. Tarnfeld aktiviert. So. Wir sind verletzt. Bleibt wachsam. Hab ihn verloren. Zug weiter. Energie kritisch. Zack. Der ist weg. Wo ist der hin? Ich hab einer zu. Tarnfeld aktiviert. Da drünen! Feuer! Ok. Den hab ich jetzt gar nicht gesehen. So. Irgendwo ne schöne Stellung. Ich geh mal dahin, wo Psycho ist. Ich hoffe, ich komm da überhaupt auf. Ja, anscheinend komm ich doch nicht darauf. Ja, gut dann. Hm. Na? Wer kommt noch hier auf der Mauer drauf? Snakebite One, hier ist Echo Niner. Ziel bestätigt. Wir kommen jetzt rein. Roger Echo Niner. Ziel bestätigt. Angriff. Kreize versinkt. Verdammt gute Arbeit. Wir schicken schwere Sinkrechtsstarter mit Panzern. Während sie die Luftunterstützung der KVH hat. Bis wir da sind. Bumper. Oh, ok. Ah, voll. Jetzt muss ich noch die Luftunterstützung nicht. Jetzt muss ich noch die Luftunterstützung nicht. Seitens nicht da. Ich schätze sie wieder. Ganz toll. Komm schon mal. Sag jetzt darfst du? So, wo ist der Heli dahin? Was ist jetzt dahin? Ja, zeigen Sie denen, wie es läuft, Nomad! Unsere Panzer rücken jetzt in den Höfen vor. Stoßen Sie am Eisenbahntunnel zu Ihnen. Over! Okay. Auf zum Tunnel. Ich nehme noch einen Raketenwerfer mit. Hier landen sie viel. Schmutzflinte will ich nicht. Hier ist nix. Okay, ne, dann war es in der großen Halle. Uh, schick, schick. Der hat jetzt den gleichen Starter. So. So. Ich will ich nicht. Aber jetzt wird es nicht ein Schuss von W. Sack. Okay, der Eisenbahntunnel ist direkt da vorne. Oh, da kann ich auch nicht laufen. Ach, hier. Bin ich jetzt im Kanal gelandet? Okay, na toll. Ja, da sieht man wieder, ich sag mal so wie Crysis hier, ich sag mal schnell. Wie viele Möglichkeiten gibt es bei Crysis? Man hat hier oben mal überhaupt ein Gebiet zu meistern. Meister. Finde ich schon ziemlich gut gemacht, Alter. Finde ich schon ziemlich gut gemacht, Alter. Finde ich nicht. Energie kritisch. Neh, fahre ich durch den Zaun. Neh, fahre ich durch den Zaun. Ja. Ich würde auch so überspringen. So, was ist das in der Gebäude? Energie kritisch. Das würde mich auch nochmal einmal interessieren. Das würde mich auch nochmal einmal interessieren. Ah, nochmal Waffen. Äh, keine Ahnung. Es ist jung. Okay, noch eine kleine Waffenkammer. Oh, Panzer. Darf ich Panzer fahren? Meine Herren! Hut ab! Der Hafen gehört uns. Wir stoßen jetzt zum Tal vor. Schnappen Sie sich einen unserer Panther und folgen Sie dem Konvoi durch den Tunnel. Sie können doch einen Panzer verdienen, oder? Ja, Sir! Psycho! J-SOG hat einen Job für Sie! Stoßen Sie zur Alpha Company! Lieutenant Cooper erwartet Sie! Kein Problem, Boss! Hey, pass auf dich auf, Nomad! Dass hier vorbei ist, gebe ich an den Planeten. Dann lassen wir aus! Mike! Schieß auf die Tunneleinfahrt und putz den Waggon weg! Okay. Was für ein Waggon ist, Mann? Guter Schuss! Jetzt aber ab ins Tal! Versuchen wir General Kyung den Hintern! Team Alderaum! Ihr Zentrale! Wir stoßen jetzt durch das Tal zur Mine vor! Ich wiederhole! Unser Ziel ist die Mine! Rechnen Sie mit heftigem Widerstand durch KV-R-Panzer! Herr Comant, hier ist Strickland! Was ist mit der Luftunterstützung? Over! Keine Chance! Herr Luftraum ist nicht sicher! Unsere Jets bombardieren strategische Ziele auf der anderen Seite der Insel! Bis auf Weitere müssen Sie ohne Luftunterstützung auskommen! Verstanden! Dann muss es eben auf die harte Tour gehen! Alle Einheiten! Herr Major Strickland! Luftunterstützung fällt aus! Rücken jetzt zu Premierziel! Einverfuhr! Torwärts! Zur Verteidigungslinie ist eine Blockade am Bahnhof! So, und ich würde mal sagen, das war es dann auch wieder fürs erstes. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der fünften Mission, Ansturm. Ansonsten, ich hoffe es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss! Bis bald! Bis bald!